Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einer coolen neuen Info, die wir haben. Denn hier sehen wir Star Stables neu angekündigte Droiden-Konzeptausrüstung. So sehen sie aus, so werden sie schon bald ins Spiel kommen. Das werden die neuen Ausrüstungssachen, die für die Droiden-Ausrüstungen geplant sind, die wir dann mit Hollow Woods ins Spiel bekommen werden. So sehen sie aus. Was sind so eure Favoriten? Welche von diesen Ausrüstungen gefallen euch am besten? Ich muss sagen, ich finde einige davon richtig cool. Ich bin natürlich immer darauf gespannt, ob dort einige vielleicht so 3D-Effekte haben. Bei ein paar könnte man das so vermuten, dass sie so 3D-Effekte haben. Ich würde es absolut feiern. Und wenn sie 3D-Effekte haben, dann fände ich sogar diese unten in der zweiten Reihe links ziemlich nice. Oder halt auch diese Varianten, die so ein bisschen teilweise GED-like, wie auch immer, aussehen. Und vor allem hier diese Jacke mit so, hm, vielleicht so einem Rucksack, so Riemen in der Art. Die gefällt mir wirklich richtig gut. Aber ich bin sehr gespannt, was euer Favorit ist. Wie gefallen euch so diese neuen Droiden-Ausrüstungen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann sage ich schon mal Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt, nachher noch zum Halloween-Stream. Ciao, ciao.